So, ich runne, figure 8, ich runne, so, 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 so. Du hast ja gerade gesehen, also, du versuchst immer nach 8 zu laufen, einfach. Wir starten hier links davon, nach 8, nach unten, nach oben und dann direkt auf 6 zu. Wenn du hier raus kommst, nicht relaxen, sondern wirklich, Arme nach vorne raus, versuch den Ball wirklich aktiv zu fangen und von mir aus lauf wirklich kurz im Moment mal so mit dem Ball. Dass du dich darauf konzentrierst, jetzt nicht irgendwie schnell wegtacken, sondern einfach erstmal nur sauber den Ball fangen. Arme gestreckt zum Ball und versuch zum Beispiel vor allen Dingen auch den Ball zu attackieren. Du willst nicht drauf warten. Jetzt ist Steps egal, Hauptsache einfach schnell rum, schnell rum und schnell ready sein. Und jetzt auch hier, was wir gerade hatten gerade, du wirst immer noch so, ne, versuch mit dem Oberkörper über, mit den Schultern über die Knie zu kommen. Wir machen jetzt nochmal die Richtung und dann wechseln wir. Schneller, Füße schneller, Füße schneller, Füße schneller. Der letzte war gut, hier bist du immer noch zu langsam. Viele schnelle, kleine Schritte. Musik den Hast du noch etwas?